Herzlich Willkommen liebe Freunde, heute die neuen Datenblätter von LS22 sind da und wir schauen kurz drüber und nicht vergessen das Spiel LS22 oder Landwirtschafts-Simulator 22 vorzubestellen und natürlich den Season Pass gleich mit dazu, dass du dann auch all die DLCs im ersten Jahr bekommst. Also viel Spaß beim Zuschauen.